Ars Bruni mit Frau Doktorin Judith Kohlenberger. Frau Kohlenberger arbeitet an der Wirtschaftsuniversität und sie ist eine bekannte Kulturwissenschaftlerin und Migrations- und Flüchtlingsforscherin. Wir haben über den Einfluss der Pandemie auf die Situation von Flüchtenden und emigrierenden Menschen in Österreich gesprochen. In aller Kürze, es ist nicht allzu viel Platz für Optimismus. Die Situation wird nicht ausreichend beforscht. Das, was beforscht wird, führt eher zu pessimistischen Befunden und es gibt einen weiterhin klar sichtbaren Zusammenhang zwischen sozialem Status und Chancen und Gefährdungen in der Pandemie und dieser soziale Status wiederum korreliert mit Flüchtlings- und Immigrationseigenschaften, sodass eine weiterführende Individualisierung der Krise zu einer Verschärfung dieser Differenzen und auch zu einer Erhöhung moralischer Dilemmasituationen für Betroffene führt. Schauen Sie sich das an.